So, Toast mit Marmelade und O-Saft geschossen. Sagst du O-Saft? Ich hier selten. Gute Frage eigentlich. Ich würde sagen so 50-50. O-Saft, Orangensaft. War ich da eigentlich schon oft O-Saft, glaube ich. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre hierfür. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Scheiße. Äh, ist hier noch irgendeine Tür eine große? Sagst du Viertel vor neun oder Dreiviertel neun? Ich sage auf jeden Fall Viertel vor neun. Dreiviertel neun ist eklig. Äh, kann ich hier runter? Ich bin eklig. Ja. Sorry, Kumpel, ich wollte dich nicht runter schützen. Der ist ja durchgefallen. Krass. Hä? Aber wofür ist das, ist, 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 ist gut? Die, 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 die Schloss, die Schlüssel. Hm. Ich bin ich, der diese Sounds macht. Das habe ich hier ja gar keine Tür mehr. Hm. Einfach verarscht worden. Aber interessant ist das Spiel. Nämlich jetzt umbringen, ne? Dass man scheinbar wirklich einmal auch sterben muss. Schon faszinierend. Irgendwie. Oh. Oh, ach so. Pff. Ja gut. Hm. Wundert mich wirklich, dass man mal sterben muss. Ja, mich auch. Archivzelle Extraschlüssel benutzt. Oh. Echt jetzt? Ja. Die einzige Tür, die ich irgendwie so nicht geöffnet habe. Ich dachte, die geht auch ganz normal auch mit dem Schlüssel. Das ist alles mir hier ein bisschen... Suspekt. Ah, da oben ist ja noch eine Tür, ne? Das stimmt. Ich habe auch wieder 15.000 Seelen, ey. Ich kann noch ein paar schlucken und mich aufleveln. Das mache ich jetzt auch. Weil, warum nicht? 11.000 9.000 Ups, hat ein bisschen zu viel geschluckt. So. Wirklichkeit 20. Jetzt, äh, reicht's. So. Brrrr. Wenn man schon oft damit nehmen muss. Ja. Hallo Eileen. Was geht ab? Einziglegal, eigentlich. Das gefällt mir. Und hi. Wie läuft's bisher? Ich habe schon, äh, ne? Hier, ein Boss besiegt. Hier, Geister. Nito. Jetzt wurde ich gerade vom nächsten Boss geprankt. Ah, hier darf ich rein. Und hoffe, dass ich jetzt einfach wieder zum Boss komme. Alles andere wäre nämlich ein bisschen blastotastisch. Hi. Häääh. Weg mit dir. Wo bin ich hier? Schön. Au. Sagen, sieht schöner aus hier. Eigentlich. Ach komm. Kein Schild mehr. Ist doof. Einzige Situation, in der ich ein Schild haben würde. Daneben einfach. Hallilalilla. Huiuiui, Nebel. The Nebel is killing me. Oh, ne, Alter. Oh, ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier. Oder? Ja, ja. Da unten ist die Main Hall. Große Halle. Den kann ich doch nicht mal mehr treffen, ne? Ich bin freudig. Oh, du kleine Motherfucker. Ich täte dich jetzt. Vielleicht hilfst auch du mich. Aber ich bin. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Jetzt eigentlich 100% machen. Was heißt 100%? Na ja, ich will ja alle Bosse plätten. Das ist mein Ziel. Alle Trophäen holen kann ich ja eh nicht im ersten Run. Aber das möchte ich privat auf jeden Fall nachholen. Ich bin ja nicht so gut. Ich bin ja nicht so gut gelaufen. 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 No chance, Alter. Is this stupid? Hat er gerade gesagt. I'm pretty sure about that. Tot. Aber leider nicht for good. Habe ich ja schon rausgefunden. Hi. Ich wollte nur mal kurz mich in Sicherheit begeben, irgendwie. Aber hier ist wohl nicht der richtige Ort dafür. Sorry, wusste ich nicht. Ja, weil sich die Leib hier stapft, finde ich super. Oh Gott. Äh, weg mit dir. Ah, das kann man drehen, ha? Äh. Das mit zu viel Rätsel hier. Vor allem inmitten dieser, dieser, dieser Gegner. Dieser, 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 äh, Gegner. Hm, na gut. Nein. Danke. Elegant drüber gesprungen. Autsch. Pfeil im Knie. Noch nie einen Witz drüber gemacht. Hi. Hm. So eine Tür? Nein. 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 Gehen wir doch nicht auf den Sack. Ui. Da ist auf jeden Fall ein Weg, aber... Ist der Weg auch das Ziel? Nein, nicht der Weg ist das Ziel, das Ziel ist das Ziel. Das missinterpretieren Leute mal so ein bisschen. Dark Souls ist definitiv das Ziel, das Ziel, nicht der Weg. Noch nicht die Friends, die we are along the way gemerkt haben. Da kam ich jetzt gerade vor... Ich bin so verwirrt gerade, ne? Ne, aber eigentlich habe ich ja die Treppe gedreht, also die dürfte ja nicht hergekommen sein. Da könnte ich runter. Wie will ich das, dass die... Ich spring jetzt. Nahtoderfahrung. Waaah. Warte mal, wo ich hin soll. Oh. Letzter Istus. Waaah. Chillt der aber mal hinter mir. Ich werde geploppt. Dort, von hier kam ich doch. Ach, scheiße, Mann. Echt jetzt? Hä, aber ich bin doch... Ich verkeh's nicht. Ich bin gerade vor dem Aufbau doch etwas verwirrt. Aber da ist eine Leiter noch unten in der Treppe, meine ich. Eeeh. Das soll mich aber verwirren. Oh Gott. Wenn ich das überlebe, dann GG. Oh. Oh. Guck mal, wo ich bin. Oh, komm, Lagerfeuer. Oh, ich glaube, schaffe ich nicht. Oh, warte mal. Nein. Ist hier ein Lagerfeuer? Ich bin doch ganz voran. Hä? Ich bin doch irgendwo anders. Ich verstehe es nicht. Das ist jetzt überaus scheiße. Oh, mein Checkpoint kriege ich jetzt nicht. Nein. Ach, Mann. Ah. Ich werde mir noch auf Elden Ring DLC. Ich werde ein bisschen Hogwarts-Einersprungen. Kommt ein Halloween. Hä? Hä? Ich werde keine Hoffnung. Nee, gibt es nicht. I'm sorry. Ja, das Resident Evil DLC kommt übermorgen. Ich bin entsetzt. Wild. Lass mich mal sehen. Warum tut es mir das an, Aufmerksamkeit? Och, Mann, ey. Ich war doch schon am... 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 Boah. Aber ich schicke das Lagerfeuer da nicht. Da war ja vorher eigentlich der Aufzug. Also scheint es doch irgendein ganz anderer Raum zu sein. Ich bin verwirrt. Ich bin Leon. Naja. Ich muss schon alles seine Richtigkeit haben. Ich muss es halt nur erstmal... Verstehen. Und ausklammüsern. Ja, okay. Das war definitiv hier, wo ich auch eben lang gerannt bin. Also ich kann hier problemlos nach unten racen. Das ist cool. Und dann versuchen, mich da unten um alles zu kümmern. Damit ich... Das Lagerfeuer kriege. Hm. Ha. Sehr schön. Okay. Den Checkpoint haben wir schon mal. Warum will ich jetzt eigentlich durch... Warum... Warum hielt es für eine gute Idee, durch die Giner zu laufen? Verpiss dich. Hier ist auch... Hä? Hat sich hier wie alles verändert gerade? Das ist ja super weird. Also ehrlich. Hm. 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 Geht's auch einmal nach unten. Hier ist der Aufzug. Hier ist der Weg. Oh Gott. Bitte noch mehr Gegner gleichzeitig. Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, aber interessant. Konnte ich vorher da auch einfach durchgehen. Das habe ich nicht gemerkt. Aber ist cool. Ich hoffe einfach nur... Ne? Die Hoffnung, die ich habe. Und ich... Äh... Kenne Dark Souls. Es ist ein Hurensohn-Spiel. Und deswegen glaube ich, dass es nicht der Fall ist. Aber dass, wenn ich jetzt nochmal gegen ihn antrete. Gegen den Boss. Und dann sah nicht verkacke. Dass ich denn nicht wieder da irgendwo im Knast lande. Ich meine, der Weg ist jetzt nicht so ultralang. Und jetzt habe ich ja alles gelöst, sage ich mal. Aber ich habe trotzdem keinen Bock darauf. Da alles nochmal abzuklappern. Ja, verständlich. Ja, spring runter. Was? Bist du besoffen? Warum rollst du runter? Was war das denn jetzt? Warum? Ich habe es nicht verstanden. Okay. Nö. Natürlich, kommst du nochmal drauf. Ich stehe. Da. Da ist dein Gegner. Ich gucke den Gegner an. Ich drücke anvisieren. What? Und visiert den Gegner hinter mir an. Danke, Spiel. Vielen Dank. Wirklich. Danke. Hast du gut gemacht. Ich zeige momentan fast Overwatch 2. Ich habe mir diesen Battle Pass Premium gekauft. Ich konnte nicht anders. Der Diva Skin ist zu geil. Wey. Ne, gönn dir. Ich, ich, ich hole mir den nicht. So nochmal, hier nochmal Overwatch 2 spiele. Komm, Aufzug. Sei schneller. Ich hasse es. Das ist gerade die furchtbarste Stelle. Wirklich. Oh, ich bin tot. Alter, ja, komm. Noch mehr Gegner, bitte. Ich glaube, ich werde gleich mir erst mal ein gewisses Lagerfeuer entfachen. Was hat die Diva davon? Guck mal, es hat Tage anfangen, wo die mich schüben. Liebe ich. Geil. Gamerzeit. So, ist der lustige Kerl wieder da? Nein, nein, nein. Geil, er ist weg. Das finde ich großartig. So, gucken wir mal, was jetzt passiert hier bei dem Kollegen. Ich werde ja sowieso nochmal verrecken, auf jeden Fall. Ich weiß ja auch noch gar nicht, wie ich den angreifen soll. Assez hat sich jetzt was verändert. Wahrscheinlich hat sich jetzt was verändert, ne? Also irgendwas muss ich ja jetzt verändert haben. Wo komme ich jetzt? Hm. Wieso kriegt man da Doppeldamage? Ich bin wieder hier, tatsächlich. Was soll das denn? Boah, nee, Alter. Äh. Im Endeffekt ist der Weg jetzt auch nicht so weit, aber es ist halt trotzdem etzen, so. Ich weiß halt gar nicht, ob ich jetzt, weil jetzt habe ich natürlich so ein bisschen die Sorge, dass ich den Gegner noch gar nicht attacken kann, dass ich irgendwas machen muss. Weil es ist ja genauso wie vorher. Ne? Ich denke, hier vertreibt meine Angst. Angst, ja. Ja, ja, komm. Du mit deinem Regentanzer. Ach komm, echt? Ähm. Ähm. Bin ich gerade komplett paranoid? Bild ich mir Dinge ein? Lass mich durch! Okay, ich musste doch erstmal durch. Ich war mir gerade echt nicht sicher. Ich bin ja schon richtig. Hey, Alter, ich bin gerade so verwirrt. Bruder, ich komme gar nicht mehr klar, Alter. Ich komme gar nicht mehr klar auf dieses Spiel. Man kann ihn jetzt besiegen. Aha. Puh. Frag sie nur, wie. Eventuell wird dieses Feuer da gleich mal entfacht. Hm. Der Dahrer wird an einer anderen Stelle als der ersten Begegnung richtig bekämpft. Ja, weil ich jetzt gelesen habe, habe ich einfach zwei Schläge kassiert. Aber die Tarskin kann die nämlich. nicht jetzt gegen den werder gestorben ist also wenn der komische double spike scheiß kommen dann weiß ich nicht was kling 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 na so werde ich verflucht wenn ich da die ganze zeit in den scheißwein laufen was ist das man kann sich ja nicht wehren ich mache doch irgendwas falsch oder das ist der gleiche raum wo ich ihn vorhin auch versucht hat zu besiegen ja was tage allesamt muss nicht in selben raum zurück wo du ihn das erste mal getroffen hast okay habe ich nicht gesehen interessiert mich auch recht wenig die ganzen neuen halloween-filme nicht gesehen aber wo denn sonst also lasst es mal architekturisch klug denken wahrscheinlich ist es dann irgendwo ein anderer eingang oder so existiert hinter ihm warte mal wir sind ja jetzt hinter ihm also ich hinter ihm aber ich versuche mal was aufzug hin beordern ja die stelle wo man mit einem hebel ein bücherregal verschieben kann ich bin wieder bescheuert also ich treten drehen kann weiß ich das habe ich auch schon gecheckt gerade kann jetzt überall sein da werde ich jetzt gleich erstmal die in das leuchtfeuer da unten wieder aktivieren dann spawne ich halt zumindest da wenn ich nicht vom boss gekillt werde denke ich mal das ich habe deutschmaß vertraut gerade ja das lag vorher kenne ich schon La-di-da-di-da-di-da-da-da-da Da kann ich die Dinger eigentlich nicht hochlaufen, voll fake. Da ist ja nur ein Bücherregal drin, ach du Scheiße ey, was soll denn darauf kommen? Lagerfeuer rechts Oh, da oben rechts Okay Oh, was soll das machen? Oh, was soll das machen? Oh, was soll das machen? Ah, ja. Ich behaupte jetzt einfach mal auf der rechten Seite. Boah, nee, Alter. Es ist... Es war bitte anstrengend. Wieso? Warum ihr mir nun auf den Sack gehen müsst? Ja. Den witzigen Teil kennst du noch gar nicht, oh Gott. Ja. 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 Ah-hah! Okay. Ich würde dir voll gerne Tipps geben, aber ich habe Dark Souls 1 nie gespielt. Aber bleibt dran, kann ich dir helfen. Nice. Dann in drei Jahren, ich freue mich. Irgendeiner verliert zum Beispiel wieder so ein lustiges Viech. Mal kurz. Erstmal in der Truhe. Hä? Riesenzellenschlüssel. Mal gucken, ob ich hier rein kann. Ja, aber bringt mir nichts. Moment. So. Naja. Kristallglut. Ich wusste es! Nimm den Raum, gut umschauen. Da gibt es eine versteckte Kiste. Danke mal, gut schauen. Äh. Naja, aber ich werde auf dich warten. Nice. Kristallglut nur wichtig, um Kristallwaffen herzustellen. Hm. Hat Lust das Viech zu besiegen. Rache. Nimm dich ein bisschen dumm, weil, ne. Kann ich hier immer noch von hinten. Wie scoren die eigentlich? Brrrrrr. Hi! Prismastein 20. Nebelwand ist eine gute Wand, aber wahrscheinlich noch nicht zum Bus. Ja, hoppala. Okay, ich mag sie jetzt schon nicht. Manic Digger. Ich spaw nicht und das Leuchtfeuer, wo du jetzt dran warst, ist dein Boss Leuchtfeuer. Oh ne, Alter. Da sieht wie nach dem Weg aus. Ich folge einfach. Das ist glaube ich nicht der Weg. Schade. Der Weg zum Boss ist crappy. Na herrlich. Ich sehe einfach nirgendwo was, wo es überhaupt nicht irgendwo weiter geht. Hm. Kannst du Plötze rufen? Ich würde gerne Akku rufen. Ah, klar. Das sieht doch ganz gut aus hier. Wow. Bruder, chill. Okay. Die Folge geht 35 Minuten, fällt mir grad mal so auf. Ja, hoppala. Kristallhöhle. Ein neues Gebiet, eine neue Folge. Juhu. Du.